Ja, zunächst etwas, was jetzt mit der Bilanz von Borussia Dortmund eigentlich gar nichts zu tun hat. Ein Glückwunsch an den FC Bayern und an RB Leipzig von mir. Das Halbfinale der Champions League zu erreichen, ist allemal ein Glückwunsch wert. Ja, wir haben heute natürlich in diesen Zeiten völlig andere Verhältnisse. Wir haben bei Borussia Dortmund zehn sehr, sehr gute Jahre gehabt. Das komplette abgelaufene Jahrzehnt war aus unserer Sicht sehr, sehr gut. Sportlich mit zwei Meisterschaften, mit zwei Pokalsiegen, drei Supercup-Gewinnen und fünf Vizemeisterschaften plus dem Champions League-Finale. Wirtschaftlich haben wir in den zehn Jahren immer tief schwarze Zahlen geschrieben. Vom Ergebnis her haben wir einen Fehlbetrag zu verzeichnen, erstmalig von 43,9 Millionen. Das ist für Sie jetzt auch keine Überraschung mehr, da wir ja rechtzeitig schon 45 prophezeitaten. Das ist dann etwas weniger geworden. Das ist dann etwas weniger geworden.